jolo was klappt herzlich willkommen zum nächsten video ich probiere noch ein bisschen mein glück heute wending machine keine ahnung noch nie gesehen noch nie gehört es gibt zwei freie spiele einmal 100x einmal 200x würde sagen wir fangen mit den 200x freie spielen an auf 80 cent ich bin gespannt weiß ich meine videos gefallen dann lasst doch ein kostenloses abo ein daumen da oben kommt auch gerne in den discord in der videobeschreibung für den interlink und was um alles in der welt verstehe wir müssen also pro connection geht auf jeden fall jedes mal der multi hoch schon mal interessant ok ok ja es ist ein neuer sort er wurde mir jetzt nicht angezeigt bei neu war noch nie gesehen noch nie gehört auch nö ok jetzt aktiviert die modis wieder und der der kollege der schaltet es wieder aus wir sind hier noch deutlich im minus sind hier noch deutlich deutlich im minus sind gerade mal wieder bei den euro so die freie spiele bleiben so lange wahrscheinlich bis das ganze nicht aus ist anders sein das kann gut sein wir haben nur zwei lichter jetzt nur noch eigentlich okay ich würde sagen das war es wir brauchen noch mal blitz 140 euro minus 140 euro minus sind 140 euro minus einmal leiter drücken da hätten wir sie wieder drin aber das war müll hat hat mir nicht gefallen ich schaue mal jetzt die normalen freie spiele die 100 x freie spieler gefangen ist glaube ich genauso wie der 200 x bonus nur hier sind drei lampen an eines schon wieder aus schmutz wir brauchen wieder den blitz wird braucht das war es das schon wieder ab was geht ab was um eines in der welt geht hier ab ok ich würde sagen bei 15 15 definitiv video dann vorbei ist das hier kann ja nicht sein was ist das für ein schmutz also ich bitte dich eigentlich schon wieder aus also das potenzial habe ich erkannt auch wenn es noch nicht aus alter was geht ab diese schmutz dort überhaupt dann wird es wieder da ok das wird auf jeden fall wieder minus einer die haben 200 euro gekostet wird er mich komplett verarschen also ein bodenloser trick slot jetzt weiß ich warum ich den vorher noch nie gespielt habe also das hier ist ja wirklich krass jetzt multi gut und jetzt ok ein blitz ist wieder da ein blitz ist wieder aus auch also blitze 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 kommen schon ja da unten immerhin egal dass das licht muss anbleiben das licht muss anbleiben ganz kleine gewinne wir brauchen blitze oben oben brauchen wir die blitze der beste bonus bei aber trotzdem immer noch sehr bodenlos immer noch sehr bodenlos um mal zwei überall ok komm schon jetzt einfach mal was gutes an der multi sind gut wo die sind sehr gut wie kommen blitz oben auch nur eigentlich schon wieder aus das darf so nicht wahr sein bodenlos ok er rettet uns noch mal ein blitz rettet uns aber der kleinste multi ist jetzt ok oben auch noch mal blitz ok unten ist die stimmen der ausgibt ist der 46er multi soll noch mal angehen ok 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 zwei plätze noch mal also die preispiele die könnten rein theoretisch den ganzen tag zu gehen ist open end moment blitze 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 ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut wird auch mal da wir sind was ist sehr gut wir sind immer noch im minut und wir dürfen die anderen preispiele die anderen bonus weil es dürfen wir auch nicht vergessen hier vor die uns abgezogen haben 46er multi muss man auch mal wieder angehen kommt schon mit spiel ja ok wir waren auch immer erster bonus bei mir plus erster bonus bei mit plus auch jetzt und jetzt hört er aufge ist hat er 29 euro hier plus bis jetzt wir brauchen plätze wir brauchen plätze 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 blitz zu kommen bitte macht noch nicht schluss denn die multi sind sensationell ja okay jetzt unten in den letzten zwei wo die blitz aktiviert sind da kommen jetzt mal gut ist gut gut ein gutes bild nein ich glaube das war es jetzt ich glaube das war es jetzt leider die zwei euro bäder auch mann da wenigstens okay er hat immer noch bock der macht wieder jetzt aber komm 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 jetzt einfach mal du bist so unverkommene miss so weiter 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 wir brauchen noch mal blitz wir brauchen noch mal blitz oben ok 116 licht wieder aus noch mal nicht an alter freie spiele lange gute freie spiele ihr wisst es sehr nice aber jetzt noch mal blitz bei den dreien bei dem 63er multi dann einfach ein saftiges bild wenn alle drei an sind das ist der kann richtig knallen jetzt potenzial richtig erkannt potenzial richtig erkannt komm schon 90er multi einfach da mal mit einem mit einem kom 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 jawohl und noch mal ein plätze genau wir haben zeit kollege wir haben zeit macht die gar keinen stress macht die gar keinen stress aber wirklich dort das erste mal gespielt erst mal gesehen überhaupt auch nur hier ok jetzt ist schluss ich glaube jetzt ist wirklich schluss habe ich jetzt schon oft gedacht da hat er jedes mal ein blitz reinge zaubert aber ich glaube jetzt ist wirklich schluss ich habe nichts gesagt da sind die längsten freie spiele wie ich jemals hatte und jetzt einfach einen guten hit war eigentlich wieder aus das gefällt mir nicht aber noch mal 78 schmeckt noch mal 78 euro schmecken noch mal ein blitz ok oben dafür aber noch mal ein blitz ein licht aus kommen ja kommen ihr habt jetzt brauchen wir aber auch mal einen gescheiten hit immer die die 10 cent dinger da ist immer dieses abgelaufene tostbrot noch mal blitz an alter der hat richtig bock der hat richtig bock meine neue lieblings hexos dort sagst du gerade gerade ein bisschen zu viel gelobt und schon kommt nur noch toten kopf und kommt nur noch toten kopf rein blitz 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 ok 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 75 spieler hatten wir junge also ja klar gut da aber ich sage mal so war mehr drin mit den multista die wir hatten ich würde sagen da war war mehr drin wir kaufen jetzt nur einen normalen unterdienst wir gucken uns noch mal die normalen freie spiele anschweiß ist eigentlich kein unterschied es ist eigentlich kein unterschied außer dass wir hier mit weniger laternen anfangen aber die es könnte noch mehr laternen dazu kommen ich glaube der hier wird jetzt noch mal ein richtiges minus sowie die ersten zwei bonus bei ist jetzt blitz 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 blitze kollege das hier wird wieder sehr schlecht das hier ist auch so eine typische hexos dort entweder knallt der richtig ja entweder knallt der richtig oder der zieht uns halt komplett ab und jetzt werden wir noch mal komplett abgezogen ja ok er gibt noch mal ok gibt weiter er macht noch mal so alibi blitze rein die aber anscheinend nichts bringen blitz 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 ja ok die aber auch ganz klein wir brauchen noch mal so ein mal zweier wie eben der auf alle multis vielleicht gibt es auch den mund die noch mit höher und mit höhere multi nur noch dead spins oder was ja ok jetzt einfach mal einen guten hit oben auf den drei ersten weil es nein wir brauchen mehr popcorn jetzt alles wieder dunkel ja so ein bild hätten wir oben gebraucht so ein bild hätten wir oben gebraucht dass alle zwei laternen an waren oben so leider nur müll jetzt blitz 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 ja ok und noch mal blitz ok jetzt einfach mal bisschen popcorn einfach mal was connect ja gut ist keine 12 cent was anständiges kommt und wieder licht aus das darf nicht wahr sein nummer 6 wir sind trotzdem noch um minus 120 hatte gekostet 120 hat die saugen kostet 80 euro noch minus nur noch ein nicht ist an ja gut die sind jetzt wieder vernünftig doch ja ist ok jetzt blitz 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 ja ok gerade noch mal so gerettet gerade noch mal gerettet ok ja immerhin wir sind vorgeben wir sind vorgeben ja ok über leichtes plus jetzt ist wieder licht aus ich habe die stromrechnung noch bezahlt junge schade aber kleines bus besser als ein rotes minus ich würde sagen wir gehen raus ja das war doch besser als ich gedacht aber am anfang bedanke mich fürs zusehen hinterlasst doch gerne kostenlos abo bis zum nächsten mal auf wiedersehen cho 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 ja 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 ja